Altma HD Toll Hey Leute, Willkommen auf der AHD Archie, dem besten Survival Raumschiff der Welt. Wir sind von der Erde geflohen, sie ist untergegangen und sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Earth is lost. Ja, wir sind hier weiter mit Jimmy Jim Bob Jim und Noodle und Richwood, der ist hier am verschrotten von dem einen Raumschiff und ich würde gerne erst hier weg, wenn das verschrottet ist, weil wir brauchen echt jeden Strohhalm, weil das ist pures Geld, Bargeld. Ah, sehr schön, alles schön einlagern. Ja, ich weiß immer noch nicht, leider habe ich mich darüber jetzt noch nicht erkundet wegen der Masse. Ich denke mal, desto größer das Raumschiff ist, desto größer wird die Masse oder desto mehr Triebwerke wir haben. Ah, hier, Mars Capacity. Ah, desto höher wird wahrscheinlich die Fuelmenge, ne? Das kann auch sein. Ähm, ich könnte das abreißen, das erweitern so wie ich es wollte. Wäre das eine Idee? Wenn ich jetzt die Blöcke mal baue, oder die verschrotten, müsste das doch eigentlich gehen. Wie sieht es eigentlich bei den Tasks aus? Ich habe doch jetzt gesagt, hier, Manitons Industry haben wir wieder zugelassen. Okay. Die haben schon gegessen. Ah, jetzt essen sie auch. Job error found. Job error found. Äh, Job error found. A task could not be completed. Das ist das die größte passfragen-issue. Also, check if die Crew kann den Job erreichen. Oh, liegt es vielleicht an der Jukebox? So, dann machen wir das erstmal da hin. Oder es... Ähm, machen das mal weg. Vielleicht muss der Erwin da irgendwie... Da ist auch irgendwas. Da kommen die doch hin. Das ist doch kein Problem. Ah, ja. Okay. Alle am schlafen? Alles ist gut? Es ist ruhig auf dem Schiff der AHD. Äh, der Archie. Entschuldigung. Was hat der denn da? Hast du das Essen hochgeholt? Warum rennen die denn da lang? Die können doch da lang gehen. So, vielleicht können die nicht hier hochgehen. Das kann auch sein. Das werden wir auch nochmal anpassen. Ich weiß gar nicht mehr wie viele Hüllblocks ich brauche. Deswegen produzieren wir jetzt erstmal. Oh, es gehen zwei Arbeiten. Ich bin sehr stolz. Gibt ja noch einiges zu transferieren. Fast alles abgebaut. So, es gibt ja noch eine Power Note glaube ich jetzt. Ja. Ne. Da ist noch ein Tisch. Da ist noch was. Müll. Oh shit. Wer ist das denn da? Höhö. Höhö. Oh scheiße. Alarm. 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 Select all. Scheiß drauf. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Alarm. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Alarm. Rückzug, Rückzug. Alarm. Alarm. Es kann sein, dass die da nicht machen wollen, aber warten bis ich fertig bin. Aber wenn die hier auf einmal sich entscheiden irgendwo anders anzudocken, dann haben wir ein riesen Problem. Nein, du Dummerchen. Du Trottel. Boah, bloß weg hier. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nudel. Fahr. Flieg da einfach weg. Flieg da einfach weg. Ich fasse es nicht. Oh nein. Oh mein Gott. Dock. Ist jetzt die Frage, was geht am besten? Wollen wir docken hier? Ne, ähm. Dock. Ich frage, ob er das schafft. Ob die nicht da noch stehen, das weiß ich nicht. Das wird er wahrscheinlich dann nicht überleben. Okay, sie sind nicht da. Oh, shit, 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 shit. Boah, scheiße. Haben sie sich jetzt die Ressourcen gecaptured? Einer ist zurück. Nudel, du hast es geschafft. Alter, du hast ein paar Löcher abgekriegt, aber sollte gehen. Ich will nicht essen. Ich will nicht einen verlieren. Da sind sie. John, Mikuli, Demester, Jennifer. Oh, Jennifer, du. Du dockst jetzt dann nirgendwo an, ne? Fliegst jetzt nach Hause. Gut. Puh. Boah, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Vielleicht sollten wir... Es ist ein Zeichen. Nach Hause hier weg zu dingseln. Wir sollten es tun, ja. Wir sollten es tun. Ähm. Aufklanken. Just in case. Los, los, los. Beeilen, beeilen Männer. Wir sollten es tun. Es ist zu riskant. Es sei denn, die gehen jetzt wieder weg. Aber wir müssen Eis holen. Wir haben einfach nicht die... Nicht die Power. Sollte aber jetzt langsam aber sicher gehen. Oder wir sind immer noch... Wir sind jetzt wirklich zu schwer. Das kann auch sein. Navigation ist nicht besetzt. Oh, halt. Da ist noch irgendjemand hier irgendwie... Nudel macht vielleicht Navigation. Ich weiß es nicht. Nudel, bist du unser... Ach, scheiße. Warte mal. Habe ich die... Ähm. Jobs. Navigate. Ähm. Wow, der macht ja alles mögliche. Gunner. Und... Äh. Du machst auch Coms. Am besten. Oh Gott. Jetzt geht doch nicht schlafen. Obwohl es macht ruhig nix. Aber... Vielleicht springen sie ja noch weg. Aber... Höh. Ich weiß ja nicht. Condition gone. Low energy. Richard lonely. Wird der denn auch hier... Ist alles da? Stimmt doch jetzt nicht, oder? Need medical bed. Du bist ja im medical bed. Keine Sorge. Inventory 0 von 01. Haben wir einen Doc? Dr. Emmett Brown. Botani medical. Haben wir zwei. Okay. Sollte gehen. Ich glaube jetzt können wir springen. Ich glaube das tun wir auch. Wir brauchen jetzt unbedingt Wasser. Kann ich auch handeln. Aber ist jetzt egal. Weg hier. Prepare. Dann bauen wir es halt im nächsten Sektor um. Boah. Weg hier. Holen wir uns jetzt weh. Oder fliegt der uns hinterher. Dann krieg ich die Krise. Drop. Da fehlen noch so ein paar Sounds. Deswegen mach ich die für euch. Hehehe. So. Dann machen wir das mal so seitlich. Weil die... ... sind am nächsten unsere Minendinger. So. Dann holen wir mal das Eis so schnell wie möglich. Damit wir das haben und die uns wieder verpissen können. Und danach bauen wir mal unser Schiff aus. Wenn wir dafür Zeit haben. Dann sind wir wirklich auf dem Präsentierteller. Dann... Kann das sein, dass wir wirklich Probleme bekommen. Haben wir jetzt vier Stück insgesamt. Okay. Ich glaube wir brauchen immer für so ein bisschen... Ich mach mal gerade den Medical auf Maximum. Das ist sehr wichtig. Unreachable Areas. Jetzt ist das nicht mehr reachable. Naja. Ist jetzt nicht so wichtig. Da haben wir keinen der Mining ganz hoch hat. Doch haben wir. Er... Es soll auch machen. Aber es sind alle hier. Oder vielleicht war es zu spät. Ich weiß es nicht. Mein. Das ist Jimmy Jim Bob. Ach. Da war schon einer. Jetzt mich verwirrt. Mein. Botanik. Ach. Das haben wir jetzt transportiert. Machen wir mal so. Okay. Dann kann er jetzt wieder Eis gemacht werden. Äh. Wasser. Entschuldigung. Guck mal. Das geht nicht mehr. Das ist gut. Job weniger. Hier ist auch nichts mehr. Das ist nichts mehr. Sechs Power Rods. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht warten wir mal kurz. Damit die das Eis machen. Och nö. Die sind hin und her gekommen. Haben wir das Eis abgebaut. Oh. Ja. Das ist gut. Ne. Ist noch nicht abgebaut. Das gibt es schon nicht. Dauert aber noch ein bisschen. Weiter. Wir sind hier nur am fliehen. Ich glaube jetzt haben wir es. Okay. Alles klar. Sehr schön. Dann können wir direkt hier weg. Scheiß drauf. Wir hauen direkt ab. Wir müssen nicht hier bleiben. Warum haben die Raumanzüge an? Wegen irgendwas haben sie noch Raumanzüge an. High Body Temperature. Oh shit. Temperatur. Achso. Ja. Da müssen wir noch gucken. Äh. Ich weiß gar nicht wie ich das runter mache. Macht das auch eigentlich ähm. Der Live Support? Da sind sie. Ich glaub denen einfach nicht, dass die da hier... No path found. Jim. Was willst du denn machen? Was ist dein Begehr? Jim? Area Locked. Ah. Das ist halt blöd. Ich meine das ist wirklich blöd. Jetzt müssen wir auf diesen blöden Erwin verzichten. Oder machen so. Aber dann geht das auch nicht mehr. Wenn wir das hier hin packen. So in die Mitte von dem Raum. Das müsste gehen. Ich glaub er wollte da sich hinsetzen aufs Sofa. Stopp. Ah. Scheiße. Jetzt ist das passiert was ich nicht wollte. Scheiße ich hab's nicht gesehen. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Lauf. Nein. 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 Ihr Schweine. Feuern. Die haben nur Schrotflitten glaube ich. Guck mal wie er da schießt. Verteidigen. Verteidigen. Nein. Nicht Jimmy Jim Bob. Du darfst dich nicht ergeben. Bist du wahnsinnig. Die haben sich nicht. Die haben sich auch ergeben. Die haben sich auch ergeben. Das ist eins gegen eins. Das ist eins gegen eins. Was. Und dann noch mal nicht drauf schießen bitte. Sondern. Okay. Sprechen. Haben wir einen verloren? Nein! Jimmy ist tot! Jimmy! Die haben einfach Jimmy erschossen. Ähm, you are now talking to Pirate Coalition. Ähm, take through as prisoner. A pity I couldn't reach a deal today. This has been gone long enough. Bye. Follow me. Äh, wo schließen wir denn ein? Im botanischen Dingens? Wo müssen wir hier hin? Der muss auch noch followen? Ist das cool. Alter, wir müssen Slavers finden. Alter, die tun wir jetzt mal, ähm, ist das cool. Aber wir haben leider einen Verlust. Aber so passiert es halt. Ähm, komm, wir schließen die mal hier ein. Hier. Die geht nach da unten. Ist mir doch egal. Oder ich schließe die hier in die Räume ein. Das geht auch. Witchwood, du hast echt viel. I need a medical bed. Dann geh doch ins Bett. Ah. Use prisoner area per munition tool to found to build a menu and create prison on your ship. To move prisoners to your ship, select your own draft character. Okay, alles klar. Alter, ist so viel kaputt. Wir müssen jetzt eine Gefangenen area bauen. Hier ist eigentlich gut und da unten. Pass auf. Äh, das hab ich noch gar nicht gemacht. Das habt ihr mir auch gesagt. Soll das machen. Jetzt weiß ich wenigstens, was ihr meintet. Aber wo ist das? View systems. Ähm, Crew. Technical map. Ähm, ich muss mal gucken. Erstmal in Ruhe. Ship. Verminition. So. Set prisoner area. Da und da. Bad occupant. Nudel activated. Bad occupant. Jimmy. Okay. Darum geht's aber. Okay. So, nach oben kommen zwei rein. Wo war der andere? Jetzt hab ich's vergessen. Das war, äh, da oder? Ähm. Da, okay. Ich muss gleich nochmal gucken. Vielleicht muss ich Free Prisoner machen oder so. Ich muss mich beeilen. Ich muss, ich muss aufpassen. Ich passe nicht auf. Okay. Boah, ist das cool. Ist das geil, oder? Oh, nein. Richwood. Guck mal hier gerade. Ach, gut. Jetzt läuft er da rum. Okay, das ist gut. Jetzt ist er drin. Oh, jetzt hat's funktioniert. Okay. Pick up. Aber der andere ist noch da. Warte mal. Ist denn das Slave Trader? Das wär's doch jetzt. Äh, die haben Wasser. Wir müssen traden. Jetzt haben die Space Fruit. Root Vegetables. Okay. 10 kostet 500. Sollten wir erstmal machen. Wir machen ein bisschen mehr, oder? Wer weiß, wie lange wir jetzt hier. Gut, 10 ist jetzt Maximum. Ach, guck mal. Waffen haben wir aufgesammelt von denen. Das sollte erstmal so reichen. Müssen wir halt Crates ausgeben. Oh, Mann, ey. Meine Güte. Ich muss mal Pause machen. Wir machen mal Screenshots. Massaker auf der Dingensbummens, äh, so und so viel. Puh. Gefangene. Oh, es sieht aus wie George Lucas ein bisschen. Der Russ. Ich glaub, er schläft einfach. Work sleeping. Okay. Craft. Boah. Puh. Puh, puh, puh. Okay. Ähm. Ich muss mal nachlesen. New Prisoner Instructions. Use the Prisoner Area Permission to tool to build a menu character prison on your ship. To move prisoner to your own ship. Select your own drafted character and then attack with the prisoner. Command them to follow you. When you add your own ship, prisoners will seek out a prison area to stay there. White click to dismiss. Jetzt gehen wir nochmal zu den Hilfe-Tools irgendwo. Oh, guck mal, sag mal, ist das so sexy. Äh, ist die Frage. Wo finden wir die Hilfe? Trade. Ähm. Das ist Datalogs. Help. Okay. Help. Toll. Mary Shelley. The Apocalypse. Ja, das ist Dingens Moments. Ähm. Da muss ich mal... Ich muss mal am Ende der Folge gucken, wie das geht. Ich kann die ja fragen, ob sie joinen wollen. Und das sollten wir tun. Ist einer tot? Ne, sind sie... Boah, ich dachte schon. Haben wir denn sowas wie, äh, Redenskill oder sowas? Shield Medical Construct Mind Logistics. Also hast du nix irgendwie mit... Ich glaube, desto länger die gefangen sind, desto eher joinen die ein. Oh mein Gott, wie war denn die zu joinen? Wir tun einfach so. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten das tun. Und, ähm... So, hier, pass auf. Vielleicht muss ich sowas essen? Draft. Follow me. Free Prisoner. Hm. Ich weiß ja nicht, was sie mit den Prisonern jetzt machen. Kann sein, dass sie jetzt sterben oder verhungern oder was auch immer. Rotet euch jetzt mal aus. Nein, ich trotz hab's schon wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Jetzt der Strom aus, oder was? Wir müssen hier wegspringen. Oh, scheiße. Die wollen bestimmt ihre Gefangenen befreien. Ich trottel. Oh Mann, hab ich ins Auto safe. Ich bin sonst tot. Vor fünf Minuten machen wir mal kurz. Pass auf, ich muss jetzt hier wegspringen. Da sind sie. Okay, da sind wir stehen geblieben. Okay. Oh, guck mal, jetzt steht sogar Richard wieder auf. Okay, alles klar. Prepare. Jump. Muss jetzt eingeleitet werden, das ist wichtig. Haben wir denn noch einen? Wer ist denn gestorben? Das war denn... Jimmy. Ähm... Navigate. Shield, komm, Scanner, Navigate. Russ ist noch am folgen, soll aber nicht. Ach, Alexian, ist okay, alles klar. Mach das ruhig, Russ. Können wir springen? Jump. So, fickt euch. Hahaha. Ja, beim ersten Versuch. Hus, hus. Wir haben nicht hier geladen. So, okay. Wieder hoch. Wir fliegen jetzt mal nach da. Die wollen jetzt direkt hier hoch. Die wollen jetzt hinterher, oder? Ne, wir müssen jetzt nach da fliegen oder nach da? Ne, wir fliegen nach da. Ich hoffe, wir uns verfolgen die nicht. Ne, die sind nach da. Okay, wir droppen mal hier. Obwohl, da haben wir nichts zu tun. Aber es wäre schon wichtig, dass wir vielleicht handeln. Drop. Uah. Puh, ist das cool, oder? Alter, haben die da gelandet, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und dann stand der genau da am Wassermachen. Das ist so schade, oder? Deploy. Mach mal hier kurz. So, Prisoner. Prisoner complains. Prisoners have the following problems. No access to kitchen. No access to kitchen. Achso, sollen die auch zu kitchen kommen können? So, lassen wir mal kurz gucken. Äh, productions area. Permonitions. Set prisoner area. Was ist, wenn ich hier sowas reinbaue? Gehen die dann da hin? Oder ich sage, ähm, prisoner area. Vielleicht arbeiten die ja dann hier. Toll, machen alles kaputt. Hale? Nein, die man hat Feuer. Der brennt. Scheiße. Geh doch raus, du Trottel. Löschen. Löschen. Nein. Oh Gott. Haben wir unser Schiff verloren? Die stehen alle im Feuer. Ihr müsst löschen. Die machen nix. Er steht nur rum. Oh, das war's. Wir sind tot. Okay, wir landen wieder. Wir sind verbrannt. Scheiße. Tod durch. Gefangene haben Erlaubnis, in die Küche zu gehen. Das gibt's doch nicht. Bad environment. Ähm. Ja. Wow. Das war krass. Gibt's keine Löschanlage oder so? High body temperature. Ja. Ähm. Deswegen hat mir Live-Support eigentlich immer hier stehen. Würde das besser gehen dann? Das ist immer die Frage. Ach, wir sind kurz vorm Springen, ne? Okay. Kurz vorm Springen. Prepare. Jump. Ähm. Okay. Wir wollen da hin. Da hin. Droppen. Deploy. Alles gut. So. Jetzt machen wir das nochmal. Ich will das nochmal probieren. Guck mal, das sind die ganzen Waffen, oder? Das sind die ganzen Waffen von den Leuten. Oder was liegt da? So, nochmal. Gefangenen-Permonitions. Ähm. Area. Ich speichere dann hier nochmal ab. Ähm. Ja, und hier könnt ihr auch hin, ja? Und aufs Klo dürft ihr auch. Folgt immer denjenigen, ihr Lappen. Oh Mann, der ist echt gleich tot. Es ist gar nicht verdient, geil zu werden. Es ist gar nicht verdient, geil zu werden. Wir brauchen Energie. Wir müssen jetzt hier ein bisschen ausharren. Energiemüll haben wir noch. Äh. Pass auf. Wir machen mal hier ein bisschen Energiemüll rein. Wasser habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Toll. Ich dachte, die haben vielleicht neun. Ähm. Eis haben wir. Okay. Alles gut. Kaufen wir einfach so. So. Okay. Das hat wichtig. Wichtige Priorität. Und repariert. Die Essen. Pirate Coalition. Die Schweine. Wenn ich den drafte. Was passiert denn, wenn ich Free Prisoner mache? Ähm. Boah, Mann. Ich muss das rausfinden. Ich weiß halt nicht, wo die Hilfe ist. Äh. Show me when. Ach, das. Ach so. Das Wasser. Ach, das ist wie bei den Siedlern. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Lol. Priorität, was sie zuerst. Prisoner complains. Prisoner have no allowing access for the problems. Access to toilet. Habe ich gemacht. Ist da. Vielleicht ist auch irgendwas nicht verbunden. Access to toilet. Hier ist was nicht verbunden. Okay. Was jetzt los? Jemand einen angeschossen oder so? Noodle. Richwood. Ich meine, das ist echt gefährlich, wie es dir geht. Aber dieser blöde Rust ist mir eigentlich auch scheißegal. Was denn? Ist denn unser Arzt vielleicht gestorben? Das wäre auch nicht so gut. Ne. Noodle. Pass auf. Ist der eigentlich schon behandelt worden? Noodle. Noodle. Ich kann den ja immer, ähm, immer ganz hoch machen. Das ist wichtig. Puh, ein Richwood ist, ist nicht, dass der stirbt. Vielleicht ist er am Bluten. Ne, das wäre auch nicht so gut. Critical Resource Low Energy Rods. Ja, ja. Ja, ja. Kein Problem. Ging jetzt auch schlafen. Sehr schön. Er ist da oben. Moly, du hast ja auch ein Bett. Wahrscheinlich einfach keinen Bock zu pennen. Oder die schlafen nicht in Doppelbetten. Mann, ist das ganz schön gruselig, wie die da rumlaufen. Der muss jetzt mal aus dem scheiß Krankenbett raus, da. Und noch. Und noch. Okay, sehr gut. So, Leute. Ich muss hier aufhören, sonst dauert es zu lange. Ich mache jetzt Pause. Speicher ab. Und dann gucke ich jetzt mal nach, was wir mit den Gefangenen machen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Es wird spannend. Ist das cool, oder? Ich, oh. Jetzt gucken, ob wir die überreden können. Sonst verkaufe ich die. Und gucke, dass ich nur einbehalte oder so. Interessant. Na gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Spaceshaven. Cooles Spiel, oder? Haut rein. Bis zum nächsten Mal.